Hallo, ich bin Thomas Lange, Juniorchef der Stadtfleischerei Lange aus Schwerin. Uns gibt es seit 1878. Wir sind eine familiengeführte Fleischerei in Schwerin. Und ich möchte dir gerne mal deine neuen Kollegen zeigen. Hey Basti, lass uns deine neuen Kollegen wissen. Wir werden uns sehen. Komm zu uns. Moin, Mette. Lass uns unseren neuen Kollegen begrüßen. Moin. Moin, Thomas. Moin, Marco. Hey, du hast uns unseren neuen Kollegen versprochen. Ja, da ist er. Na, denn wir müssen wir immer mal ordentlich dampen hier, ne? Einige deiner Kollegen hast du bereits kennengelernt. Du kannst Verantwortung übernehmen und dieses Team leiten. Dann bewirb dich doch gern bei uns. Als Fleischer oder Fleischerin. Ich weiß from Rocketdy Wenn, du kannst du alles sehen. Und ich weiß nicht. Geistiamrück 어떡 detector.